Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Ja, es ist wieder Donnerstag und somit Zeit für ein neues Dualseelen-Video, ein Thema über die Dualseelen, über diese ganz spezielle, besondere Verbindung. Und heute soll es darum gehen, was tun, wenn die Dualseele auf einem anderen Kontinent lebt. Und tatsächlich ist das etwas, was gar nicht so selten vorkommt. Und viele denken ja immer, dass die Dualseele dazu da ist, mit dir, wenn du sie triffst, in eine Beziehung zu gehen. Dass das der Zweck der Dualseelen ist. Und auch wenn ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die mich für diese Meinung anfeinden, sehe ich das anders. Du triffst auf deine Dualseele, um selber erweckt zu werden, in der Hinsicht, dass du deine Themen angehst. Deine Dualseele kommt zu einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo du an einem Scheideweg stehst. Wo es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt, wo du meist merkst, dass das Leben, was du lebst, nicht mehr das ist, was du möchtest. Aber oft noch nicht den Mut gefunden hast, etwas zu verändern. Und dann kommt deine Dualseele und zeigt dir ganz klar, jetzt ist der späteste Zeitpunkt, endlich daran zu gehen. Und dann kannst du gar nicht mehr anders. Und das ist der wahre Hintergrund, warum Dualseelen sich treffen. Um ihre Themen, die sie miteinander, aber auch alleine haben, endlich aufzuarbeiten und zu Beginn das Leben zu führen, was sie wirklich wollen. Manchmal gemeinsam und manchmal eben auch nicht. Und deswegen kann es eben tatsächlich auch vorkommen oder kommt es häufig auch vor, dass ein Teil auf einem anderen Kontinent lebt. Nun kann man sagen, ja gut, heutzutage ist das ja auch nicht mehr so ein Riesenproblem. Dann fliegt man eben hin und wieder mal rüber und kann sich ja dann auch immer besuchen. Ja, natürlich. Aber wie ich ja schon sagte, das ist nicht unbedingt der Kernhintergrund dieser Verbindung. Und wenn das aber passiert, dass man zum Beispiel im Urlaub irgendwo ist und dort die Dualseele trifft und dann wieder zurück muss, dann ist das natürlich erst mal, ja, als wenn einem das Herz aus der Brust gerissen wird. Es ist ja sowieso schon schwierig, mit dieser Bindung umzugehen, weil es eben so viele Facetten hat und weil es dich aber ohnehin schon im Innersten berührt und so viel auffühlt. Und wenn du dann aber weißt, dass du denjenigen für lange Zeit nicht mehr wiedersehen wirst, weil es einfach auch nicht möglich ist, dann ist das schon sehr, sehr heftig damit umzugehen. Aber der wichtigste Punkt daran ist, zu verstehen, dass ihr euch das so ausgesucht habt. Und all das, was geschieht, geschieht, weil ihr das so verabredet habt. Und es würde nicht geschehen, wenn du nicht in der Lage wärst, diese Situation meistern zu können. Das ist etwas, wo ich zutiefst von überzeugt bin, dass unsere Seele immer die Dinge freigibt oder wir die Dinge erleben, mit denen wir auch wirklich klarkommen. Auch wenn es sich manchmal anders anfühlt und man das Gefühl hat, es gibt keinen Weg mehr und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich gebe jetzt auf. Aber es ist dennoch immer etwas, was vielleicht an die Belastungsgrenze geht, manchmal auch darüber, aber was dennoch dich nicht bricht, sondern was dich stärker macht und was dir ein Zeichen gibt, da hast du jetzt dran zu gehen, da hast du jetzt durch zu gehen. Und das kann eben auch sein, dass deine Dualseele auf einem anderen Kontinent lebt. Jetzt kann man sagen, ja okay, wenn das dann zwischen Europa und Afrika ist, dann ist das noch relativ gut machbar, wenn es zum Beispiel Nordafrika wäre. Aber wenn es jetzt beispielsweise Europa und Australien ist, dann wird das schon meistens sehr, sehr viel schwieriger. Und da zeigt sich ja eben auch dieser Kern, dass das passiert, dass es eben nicht primär darum geht, dass wir auf diesen Menschen treffen, um in eine Beziehung zu gehen, weil es tatsächlich so viele Varianten gibt, in denen es gar nicht möglich ist. Habe ich ja auch schon darüber gesprochen, wenn die Dualseele verheiratet ist und sich aber einfach auch nicht trennen will. Und es werden auch noch andere Themen oder andere Hinderungsgründe kommen, die eben einfach dafür sprechen, dass es hier nicht speziell darum geht. Und dann muss ein Weg gefunden werden, damit umzugehen. Und letztendlich ist die Essenz daraus zu erkennen, was das für ein Geschenk ist, auf diese Seele getroffen zu sein, sie erkannt zu haben und zu merken, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich wirklich mein Leben neu in die Hand nehme, mein Leben neu ordne. Und vielleicht bedeutet das ja sogar, irgendwann nach Australien auszuwandern als Beispiel oder für den anderen hierher zu kommen. Diese Möglichkeiten bestehen ja, aber es geht eben darum, dein Innerstes aufzuräumen, deine Themen anzugehen. Und dabei kann es tatsächlich eben sogar auch helfen, zu wissen, dass dieser Mensch jetzt eben nicht verfügbar ist. Weil alleine die Sehnsucht wird schon dazu führen, dass du alles daran setzt, um das Ganze zu lösen und um deine Themen für dich klar zu bekommen. Und wenn dir das so passiert, ja, dann ist das eine heftige Sache. Aber lass dir einfach gesagt sein, auch wenn deine Dualseele im Nachbarland wohnen würde oder vielleicht sogar im Nebenort, heißt das noch lange nicht, dass es deswegen einfacher wird. Denn das ist ja die oft so romantisierte Vorstellung, die wir uns eben davon machen. Dass man sich trifft, dass man diese Liebe erkennt und dann eben, ja, sie lebt. Und das ist so oft nicht der Fall. Und da kann es tatsächlich sogar einfacher sein, zu wissen, dass der andere viele, viele tausende Kilometer entfernt wohnt, als zu wissen, er lebt in der gleichen Stadt. Und dennoch sehen wir uns nicht, dennoch sind wir nicht zusammen. Weil es eben einfach nicht oder auch noch nicht sein soll. Weil die Themen noch nicht gelöst sind, weil die Themen noch nicht bearbeitet sind, weil ihr einfach noch nicht in der Lage seid, diese Liebe wirklich zu leben, weil sie noch zu sehr belastet ist von allen möglichen Ängsten und Erlebnissen, die ihr so mit euch herumschleppt. Und wenn die geheilt sind, dann zeigt sich, was angedacht ist, ob ihr zusammenkommen sollt oder eben auch nicht. Und deswegen ist es einfach nur eine weitere Facette der Möglichkeiten, die sich auf diesem Weg zeigt. Und so kann es eben sein, dass dieser Mensch sehr, sehr weit von dir entfernt lebt. Und dann, wenn das bei dir so ist, dann verzweifle bitte nicht, sondern führ dir immer vor Augen, dass es einen ganz, ganz wichtigen Sinn hat, warum ihr euch getroffen habt. Auch wenn du den vielleicht jetzt noch nicht siehst. Aber es ist so. Und du wirst diesen Sinn erkennen, wenn du deine Themen angehst. Und dann wird es auch immer leichter werden, diese Situation zu ertragen. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Und wenn du diese Situation hast oder kennst, dann schreib das doch auch gern mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie das so für dich ist. Ich kenne einige Leute, bei denen das so gewesen ist und auch die haben das geschafft. Genauso, wie es viele andere geschafft haben, wo dieser Mensch eben direkt um die Ecke gelebt hat, aber dennoch nicht erreichbar war. Aus den verschiedensten Gründen. Es ist eben einfach nur, ja, im Grunde auch eine Illusion. Denn Zeit genauso wie Entfernung ist etwas, was heutzutage kein Hinderungsgrund ist, wenn es wirklich sein soll. Es kann aber eben genauso gut ein Fingerzeig dafür sein, dass es zumindest aktuell in dem Moment einfach besser ist, nicht gemeinsam durchs Leben zu gehen, weil dann die eigene Entwicklung aufgehalten würde. Und genau das ist es ja, worum es geht, wenn wir auf unsere Dualseele treffen. Wir sollen unsere eigene Entwicklung weiter vorantreiben.